Moin Leute, Fede von der Madison Distribution und wieder mit einem weiteren Newsletter für euch. Diesmal Solid Kids Eye Complete. Alte Werte hatten wir schon mal vorgestellt. Hier ein Video Link dazu. Was da neu ist, ist nämlich dieser Colorway hier in grün. Werden die Kids abfeiern. Sieht richtig cool aus. Auch hier die Rebel Achsen. Ihr kennt sie in gewohnten 50 Grad und 180 Millimeter Hängerbreite. Coole popping Farben für den Sommer. Werden die Kids denke ich auch gut abfeiern. Die Hängerenten sind bei dieser Achse neuerdings abgedreht. Das heißt, das Ganze ist wesentlich präziser und ein bisschen schöner zu fahren. Das war's von mir diese Woche. Wir sehen uns nächstes Mal. Bis dann. Auge! Auge! Das sind die Kinder, gell? Das sind die Kinder, gell? Ja, die Kinder, gell. Spielplatz, gell? Ja!